So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Live Premium or Die. Eine DLC für DLC-Quest, in der es darum geht, DLCs zu bekommen. Und wir fangen hier an mit Blabla. Wir haben schon ein paar überragende Fähigkeiten, zum Beispiel Moving and Jumping and die Audio ein bisschen leiser machen. Ist das ein bisschen zu laut? Jetzt zu leiser, oder? Ah, fuck it, egal. Wir brauchen schon die Musik. Die Musik ist außerdem geil. Audio, Animation, Pausing haben wir alles. Have fun. Let's do this. Wie kann man jumpen? Ich spiele diesmal mit der Tastatur, und ich merke, ich weiß nicht, wie man springen kann. What the? Ah, Input, Keyboard, yo. Ich habe jetzt mal entschieden, mit der Tastatur zu spielen. Mal schauen, wie es da ist. Ah, what the fuck? Jump Z. Ach, Y und X. Machen wir mal Leertaste und Action. Action ist schießen und sowas, oder? Ja, lassen wir es doch so. Ne, machen wir Leertaste und X. Ja, Leertaste und X. Passed. Back. Bad, 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 continue. Holy moly, oh yeah. Also, worum was geht es im DLC-Quest, wenn ihr nicht das Let's Play geguckt habt, das ich vorher schon gemacht habe? Ähm. Mr., 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 you have to help us. Roy, nice Frisur, Roy. Well done. Es geht darum, DLCs zu kaufen und das Ganze durchzuspielen, ähm, und mit den DLCs kauft man sich, äh, neue, neue Game-Elemente. Was ist die Prämisse? 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 Ich meine, was ist das Problem? Oh da. Kann ich nicht sprechen, oder was? Something has happened, has been attacking the villagers in the night. Come on, follow me. Let's do this. Wait, slow down. Oh, shit, no. How many must die to teach me Game-Mechanics? Ah, 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 ah. Ah, nee. Okay, well, äh, pff. Ich hab mir gedacht, aha. Die tun wohl weh, die Stacheln, und der ist einfach reingelaufen. Wow, man kann sterben jetzt am Neuesten. Das war aber vorher noch nicht so. Letzte, das, das, das... Das erst, was wir gespielt haben, das war... Sehr klein. Und es gab nicht so viele Elemente. Particles Pack. Aber ich hab mir sagen lassen, dass das die Version... Jetzt muss ich kurz niesen, ich muss niesen! Ah! Ah, shit! Ah, Entschuldigung. Fuck. Ah, oder man kann auch einfach so da hoch. Ähm, ich hab mir sagen lassen, dass das extrem... Oh, hier ist auch jemand gestorben. Dass es doch viele Elemente noch gibt. Hier lies Shepard. Keeper of Sheep. Defender of the Flock. Oh, nooos! Shepard ist tot. Villager John. Killed by the creature. Real talk? He wasn't paying attention. Oh, shit. Alles schon tot. Well, you get the idea. A lot of villagers have been killed. Das Game ist so gut. Ja, ich hab's mitbekommen. Inzwischen sind einige gestorben. Loading Screen. Day one patch. Village Zone. What the... Checkpoint pack. What the... Checkpoint, wo man dann, wenn man stirbt, wieder hinkommt. Hi, Player. My name is Player, by the way. Here to save the day again? Yes. Well, you know the drill. Buy some DLC. All right. Checkpoint. Dying can be painful. Don't let backtracking add insult to injury. Yep. All right. Lass uns die Versicherung abschließen. Improved loading times. With some optimization, it doesn't think we're important enough to delay the game's launch. Good thing you have an internet connection. There are... Uffons. What? Ich tue jetzt die... Ich tue jetzt die... Das Game schneller machen, indem ich den DLC kaufe für das Game. Wie geil... Das ist... Ihr habt das ja schon verstanden. Das ganze Spielprinzip hier ist... Es nimmt sich alles nicht so ernst. Hi. I am in the town... Historian. Historian. Oh. I take this... The census. Jobs gotten a bit easier with all the mysterious murders. What? Easy... Hey. Ach so. Das ist jemand. Ja. Hey. Silver Lining writes, by the way, did you know, 75% of the townspeople are from the UK? And 75% or more of this games... Game takes place in the UK. That's a really good thing to point out. Ich wusste gar nicht, dass Großbritannien so komisch aussieht. It's for tax purpose. Warum ist Großbritannien so billig für den Steuern? Was ist da los? Texas, by the way, Steuern, falls es noch nicht bewusst ist. Oh, ein Typ in Brille. Hallo. Hey, Lamp. It's dangerous to go alone. Take this. Take what? You didn't give me anything. Oh. Oh, it's just telling a joke. I'm Lamp. The town comedian. Wow. That's the best joke. You're just repeating things you've heard and calling them jokes. It gets a love like a third of the time. So. You are funny as hell. Oh, jetzt habe ich kurz mal was gecheckt. Oh, DLC-Quest abgestürzt. Unbenannte Ausnahme in der Anwendung. Klipper bla bla bla. Weiter. DLC-Quest ist tot. DLC-Quest ist tot. Oh, shit. So, bin ich wieder drin? Bin ich wieder drin? Yo. Hallo, herzlich willkommen. So zum DLC-Quest. Ich habe es da ja zum Abschluss gebracht. Es liegt daran, dass ich sacke. Höchstwahrscheinlich nicht am Game. Oh, der Sprung ist ja hardcore. Aber wir sind wieder da, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe es ja in den Checkpoint noch gar nicht aktiviert. Das sollte ich mal machen. Aber ich habe nochmal kurz einfach so weit gespielt, wie wir waren. Ich bin der Allerster in diesem Stadt. Gut. Ich war derjenige in den Anwendung. Well, ja, ich habe ihn gefunden. Oh, ich bin nicht in Anwendung. I am out of... I am low on battery. But you're in the village, Keldr. That's how it always works. I'm incredible, Seniel. They don't even let me tie my own shoes. Wise old man. Der heißt sogar wise old man. O-U-I-A-U. How did I get here? Well, that's... I'm leaving. Okay, nochmal mit dem Reden. Oh, nee. Ja, ich habe es verstanden. Hey, hello. Oh, who is this? I am the mayor. Yeah, the mayor. Schönes Rathaus, by the way. I'm the middle-aged man of the village. I have experience, yet am... Yet am still capable. So, I'm the one in charge. Well, finally. That makes a lot of sense. Can you tell me what's going on here? I heard your village was in danger. It is in... Still in danger. Yes. Well, no. I can't... What? I mean, yes, the village is in danger. But no, I can't tell you how. Why not? I need you to retrieve something for me first, before I can tell you. I cannot right now, because I'm unable to do so, because the people who program me suck ass. Your village is in danger. Why are you delaying? I literally cannot explain how important this package is. Find it in a cave east of here. All right. The package is so important, that I will get the package soon. I will get it with all my swords, and stuff that I won't... That I will have, will soon get. Because I am the man who is not going east. But I just have ticked the checkpoint. There is a tick. You know, a haken. That's the... Not the haken from the Kreuz. It's the haken from the... From the thing, you know. The thing, you know. The grüne haken. Hello and welcome, Knight. Eduardo. Sorry about getting in your way earlier. Just doing my shop. Hey, der ist earlier... What? Sorry about... Eduardo. Der war... Der war vorhin im Weg? Ach so, wahrscheinlich habe ich erst mit dem Mayor reden müssen, und jetzt... Habe ich jetzt gar nicht getan. Oh, wir haben es jetzt in die... The Cave geschafft, von vorhin, in der das Package ist, das so wichtig ist. Wahrscheinlich das hier. Incredibly important pack. That could be the most important pack, DSC ever seen. Das ist sogar noch wichtiger als... Ich will das Brave New World für Civilization 5 haben. By the way, Civilization 5. Ich werde nach Kanada gehen. Und habe mich jetzt darum gekümmert, dass ich da sowas wie eine Arbeitserlaubnis kriege. Und es ist gar nicht so einfach. Und es wird extrem... Also, ich werde Videos machen auf Lightpants TV. Und ich kann euch sagen, es wird extrem witzig, weil ich wahrscheinlich übelst vor die Hunde gehen werde. Und es nicht packen werde drüben. Und es wird dabei sein, weil ich die Kamera habe. Und ich habe ungefähr Geld für... Ich habe nicht viel. Ein paar hundert Euro. Und da werde ich vielleicht ein paar Wochen aushalten drüben. Dann werde ich Geld brauchen oder irgendwo. Ähm, ja. Seid dabei, Nightkins'n's Play. Es wird sich ändern bei Nightkins'n's Play. Ich werde schauen, dass ich Let's Play'n kann. Im Starbucks oder so zum Beispiel. Oder irgendwo draußen. Ähm, aber es wird... Es wird erstmal witzig werden mit Lightpants TV. Äh, Nightkins'n's Play. Erstmal hier haben wir erstmal DSC. You found my important... You found my important package. Now you must purchase it from the shopkeep. Please hurry. Well, that's... Da hätte ich auch selbst drauf gucken können. Wir hätten das auch einfach kaufen können hier beim Typ. Hi. Incredibly... The incredible important of this pack cannot even start it without first purchasing this pack. Alright, okay. What? The incredible importance? Haben wir jetzt noch einen lila Importance pack? Ah, nee, purchased. Ups, jetzt bin ich available. Ah, no availables. Also, oder? Incredibly important pack? It's so important that it even is on my... On my head? It can be seen on my head. That's... That's something I... I do not like. I do not like things on my head. Especially bumps. Once I had a bump on my head. It was not nice. Ah, yes. Much better now. I can warn you about the incredible danger. Sie sahen Napkins' Let's Play. Sehen Sie nun Bananen. Boo! 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 Boo!